Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt, wird von der Sitzung der ersten Barschung gebraucht. Die Information I got from Keith was a code of some kind. Apparently, he overheard Zinyak telling one of his subordinates a series of numbers somehow connected to Kinsey's location. I'd bet these digits line up with some proprietary coordination system used by the simulation, but I don't have access to that. We need someone who's able to plug directly into the simulation. Send the data to Cid. We'll take it from there. DATA RECEIVED Hmmm... very interesting. It seems... Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh... Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh... Oh! Shit! What's happening? I don't... know... I... 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 Oh... here I go! Uh, Matt, I'm... Following Sid. I'm going to hack the code to find out where Sid is going. Don't touch anything! Ach... Ich weiß, dass Kinsey hat ein Ding für bunnies. Wenn ich mir das Gefühl habe, sieht es wie diese Sigil ist mit einer Art von secretem Ruhm. Secretem Ruhm. Kleine Frau. Time zu sehen, was in es ist. Das ist sicher, dass es das richtige Ort ist? Absolut. Was ist das denn? Ein Bild von der Simulation. Wo sind alle die Schillelhäste? Wenn es die Bildung mehr versteht, könnte ich ein Holocon... Gott, nein, wir sind gut. Kannst du Kinsey finden? In theory, ja. Yes. The time-consuming part will be identifying Kinsey's brainwaves in a sea of other data. Find whatever looks the most abnormal, it's probably her. Insulting, yet accurate. Good luck. Oh man, this place, f*** me!